so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal ramses der dicke was war das für ein wochenende ein geburtstagswochenende es ist so viel passiert einer ist sogar im krankenhaus gelandet ein anderer sitzt jetzt hier der war bettlägerig dann der konnte gar nichts mehr machen der hat trotzdem versucht am wochenende den c day zu spielen alle haben gesagt geh ruhig heim ruhig aus aber mir wurde ja das ticket von chefe 24 geschenkt und es war ja so geplant dass wir den größten besten community day der welt kreieren weil ja so viele gäste aus der community da sind dass wir zusammen einfach den c day zocken von 14 bis 15 uhr bevor die leute mit ihren zügen dann heim fahren scheinuchs war am start der thomas war am start die sarina war am start der vigenaya war am start der hannes war am start der dragonite kam dann irgendwie fünf minuten vor schluss war am start und habe ich ihn vergessen naturin hat zwar dann nicht den c day mitgemacht war aber kurz vor dem c day auch noch mit am start dabei timo musste er gehen war da nicht mehr da war der wuser der musste in eine stunde heim fahren der hat er keinen bock mehr drauf gehabt und ja es ist so wie es kommen musste seit anfang des c days des c day streams habe ich schon gesagt war mir so schlecht ich weiß nicht ob ich die stunde durch halt ich glaube ich muss mich gleich übergeben und das hat sich dann gegen ende hin auch so verschlimmert ich lag die meiste zeit er plötzlich auf der wiese rum dass ich im stream wirklich mich live übergeben musste deswegen auch der titel dieser c day war zum kotzen es war halt wirklich schlimm es war grausam es war schlimmste c day in dem sinne vom gefühl her vom vom zustand her den man machen konnte die meisten hätten einfach wahrscheinlich gar keinen gemacht aber ich wollte trotzdem ich hatte den angekündigt ich wollte den durchziehen ich wollte das ticket irgendwie nutzen wenigstens die aufgaben irgendwie ein bisschen hinkriegen aber es hat mich dann so umgehauen ich habe im live stream von 14 bis 15 uhr die eine stunde könnt ihr auf youtube auch nachgucken das handy dann kurz pupsi gegeben ja halt mal bitte was ist denn jetzt dann bin ich ab zack dann hat er thomas das handy gekriegt thomas hat dann einfach den stream weitergeführt so die letzten zehn minuten das fand ich cool denn das erste zappler zappladien was er angedrückt hat ist auch direkt wieder ein shiny gewesen hat er gesagt toll was habe ich nichts was hat er shiny mann da hat er sich auch ein bisschen geärgert aber irgendwie war das lustig danke also an thomas dass du den stream dann weitergeführt hast und ich habe extra die letzte seite aufgehoben von der forschung die wollte ich ja in dem ausbeute video abholen ich habe hier showcase noch drin ich will trotzdem mal gucken welche shiny's haben wir denn jetzt wie viele gab es vielleicht noch ein hunderter auf der heimfahrt habe ich dann trotzdem noch ein bisschen das go plus plus laufen lassen und normalerweise hätte das ausbeute video ja schon am sonntag kommen müssen aber als ich dann hier ankam ich geduscht direkt ins bett und bin gefühlt den ganzen tag nicht mehr aufgestanden konnte auch nichts essen und alles also man hat sich richtig schön den magen verdorben sozusagen war ein reiz da dass man selbst wenn man einfach nur ein bisschen was getrunken hat das dann auch gleich wieder raus kam also geht nicht so in die sonne nehmt immer einen schönen strohhut auf dem kopf trinkt nicht so viel oder trinkt das richtige passt auf dass ihr keine spezialsoße ist die in der sonne stand das ist auch so nicht nur ihr sondern auch die soße darf nicht in die sonne und ansonsten ist nicht immer so scharf ihr macht euch nur den magen kaputt hannes ist jetzt noch da den muss ich gleich zum bahnhof bringen mit was fangen wir an genau ich müsste den showcase erstmal abholen ich habe drei teile gesetzt showcase zapplerang zapplerang zappladin alle drei sind platz eins geworden weil es wieder daran lag dass gefühlt kaum jemand mehr noch großartig spielt also wenn du eine ecke hast wo du weißt da bist du platz eins weil du der einzige bist da drin dann bist du wahrscheinlich bei jedem sie den platz eins da in der ecke also ist so und das merkst du halt das war die ganze zeit nicht so denn genau in der ecke waren sonst immer eine handvoll spieler mit denen ich mich gemessen habe und plötzlich sind ja auch nicht mehr da oder die waren auch auf dem geburtstag und haben dann gesagt wir ruhen uns lieber aus und da ich mich dadurch gekämpft habe habe ich es halt geschafft doch noch dort aufzutreten so das ist ja was geht ab vier von vier das muss ich noch abholen aber ich glaube ich gucke jetzt erst mal hier rein und gebe mal ganz kurz nur zapplerdien ein so ich habe so gut wie nichts gefangen ich habe normal aktiviere ich immer das go plus lauf dann rum das fängt dann selbstständig ich kann so lange schön quasseln im stream aber wir sehen irgendwie so zu den enden gelaufen dann habe ich mich in die wiese einfach gelegt habe versucht irgendwie diese 15 zapplerdien immer zu fangen die man gebraucht hat für das nächste kapitel wir haben dann nur zwei locken module angehabt das hat immer ewig gedauert bis da mal wieder zwei kamen und es hat sich so gezogen aber man hatte keine kraft großartig dann noch weiter zu laufen denn als man aufgestanden ist und ist gelaufen richtung auto ist es ja dann passiert man konnte es nicht mehr in sich halten es war einfach alles zu viel jetzt haben wir hier also das höchste mit 657 wp das kleinste aber hier mit wp 10 ist auch tot das andere sitzt in der arena das sieht gut aus wenn wir mal xxl eingeben kurz nicht mal schauen da muss man jetzt aber auch fund datum wir haben hier sogar ein xxl zapplerdien dabei das ist schlecht mit null stern aber ein xxs haben wir auch wir haben ein xxs dabei guck mal wie klein das ist das fand ich auch so schlimm in den locken modulen du hast sie kaum gesehen ich habe gehört es war sporn ich habe zwei minuten gesucht bis ich gefunden habe den stop 30 mal gedreht das hat wenigstens schon zwei sterne was für euch jetzt wichtig ist ich vergesst mir wieder was die shinies genau da müssen wir jetzt aber hier auf schillernd müssen mal schauen es ist nicht viel es sind drei stück und da fand ich auch es es ist so unscheinbar wenn man das normale sich anguckt und das shiny anguckt du siehst wieder kaum was oder es liegt an mir schlechte augen brille sonne hat gebrannt ich habe kaum unterschied gesehen man sieht immer dann die sternchen so leicht glänzen aber wenn du da draußen unterwegs bist und die sonne scheint das dürfte sogar das sein was der thomas im stream gefangen hat denn ich habe irgendwann zwischendurch eins bekommen musste ja für die aufgabe sowieso was entwickeln habe das dann einmal entwickelt sah immer noch doof aus dann musste ich ja noch mal entwickeln dann kam das bei raus das finde ich eigentlich ganz cool von dieser grünen farbe her sieht aus wie ein kaktus und wie ein schlauch und wie ein penis fisch gleichzeitig also weiß ich nicht kennt ihr den film das kondom des grauens den müsst ihr mal gucken der ist richtig brutal ja das habe ich also entwickelt für die aufgabe das kann man kurz mal bewähren das hat einen stern dann habe ich ja kurz vorhin das handy abgegeben dann hat thomas also das irgendwie gefangen und auf der heimfahrt mit dem go plus plus müsste dann das noch gekommen sein 432 wenn man jetzt das entwickeln wir jetzt nicht das lassen wir jetzt einfach so wie es ist was muss ich jetzt noch machen wir haben die xxl gezeigt wir haben das also drei stück ich muss sagen ich wollte einfach nur eins haben was ich mal durch entwickle dass man das mal sieht hätte mir gereicht hat mir gereicht war okay von den drei werde ich wahrscheinlich jetzt einfach die entwickelte form und ein zweites verschicken und werde ein einzelnes zappler den aufheben falls irgendeiner mal kommt und sagt euch hätte gerne ein shiny lucky zappler dienen oder so und sagen kann naja sehen sie der pokémon hier wird wahrscheinlich nie passieren ich versuche auch keine familien mehr aufzuheben großartig gesehen schmeiße ich immer alles weg hier kann ich jetzt auf der letzten seite noch mal 15 über bälle aufsammeln hier gibt es silberne sanana bären hier ist noch ein zappler dienen drin mit 338 wp ich habe aus den aufgaben immer mal geguckt das erste was ich hatte habe ich bewertet das war direkt ein 98er also wusste ich wenn es nur ein punkt mehr hat über diesen wert müsste es ja ein hunderter vielleicht sogar sein aber es kam kein 100er mehr das ist mit 338 auch richtig gut ich glaube das andere hatte 346 was ich da hatte und war dann ein 98er aber wir müssen noch das letzte abholen da gibt es jetzt auch noch mal drei sonder bonbons finde ich gut die packe ich momentan immer in youtube rein oder so oder rei quasi obwohl rei quasi bin ich glaube ich fertig wir haben jetzt ein komplett entwickeltes zappler rang mit den namen hatte ich auch immer zu kämpfen wollen wir mal probieren da mehr bären rauszuholen ja das hat auf jeden fall einen fetten kreis suchen kann ich nicht werfen weil ich probiere mal so rum zu curven der ist sehr zappelig also der name passt so hannes chillt hallo hannes jetzt hat es ein critical catch gemacht 20 bonbons und es ist zwei sterne okay nehmen wir das so mit dann sind wir damit fertig dann sind wir damit fertig das passt und ja das war der cday der zum kotzen war an sich habe ich mich eigentlich gefreut dass es ein pokémon ist was noch nicht als shiny da ist was man dann neu als shiny kriegen kann die finde ich immer interessant sich das wirklich mal so anzugucken ich weiß ja nie wie die aussehen dass das dann grün ist oder so also die meisten kennen das alle aus den ganzen spielen ich kenne das nicht deswegen danke trotzdem noch mal an schäfe 24 für das ticket ich hoffe ich habe jetzt nicht allzu sehr enttäuscht der stream war ziemlich langweilig sicherlich wie man da die ganze zeit auf der wiese rumliegt und einfach so ein bisschen so nö nö lass das mal muss ja jetzt nicht sein also es werden wieder bessere zeiten kommen ich habe jetzt eine woche mich auszukurieren bis zum mega lucario raid day falls ich da ein ticket krieg von jemanden würde ich wieder sehen dass wir da zwei stunden unterwegs spazieren gehen und diese 14 rates machen mit der community live im stream um dann halt zu sagen okay hier zack zack ich kann einladen unterwegs spazieren gehen das ist auf jeden fall cool so was bei produc joker so was bei produc raudon das hat spaß gemacht bei mega rei quarts da war es leider nicht so da haben sie ja elite rates gemacht und ja ich habe auch gestern am monag extra nix hochgeladen dass das dünner video der carolina rieber dünner gesehen wird leider ist ein video was noch gar nicht kommen sollte kurz veröffentlicht worden was noch mit dem go fest zusammenhängt und ne kroz mal das habe ich schnell wieder gelöscht das muss ich noch mal neu hochladen dann sind die pläne heute müsste eigentlich noch ein community raid kommen aber den seht ihr dann wahrscheinlich am mittwoch das heißt raider mittwoch seht ihr wahrscheinlich dann am donnerstag also die woche ist eh schon wieder voll und geburtstagsvlog wird auch noch kommen gera go festvlog wird noch kommen urlaubsvlog donau wird wird noch kommen umzugsvlog wird noch kommen aber erst wenn der neue pc endlich eingerichtet ist und man endlich mal zeit dafür hat denn dann kann ich erst wieder längere sachen schneiden ansonsten würde ich sagen war es das von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out vorhaut euer ramses und euer hannes guckt das letzte mal dass ihr hannes seht in diesem jahr tschüss ich habe da irgendwas gehört aber das wisst ihr doch nicht also peace out vorhaut euer ramses und gute besserung hannes naja danke ebenfalls